So, Tachinatenbären und herzlich willkommen zurück. Hoffentlich sind wir stürzte Spiele nicht wieder ab. Wenn wir nur schauen, ich nehme es auf. Okay. Hallo! Hallo! Jetzt kommen wir uns gleich mal hier noch hin. Okay. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Was ist das? Und da Leute, wir sind fertig. Wie ist jetzt ablauffrei? Ich weiß nicht, wer jetzt noch dazugehört. Die Ablauf zu finden ist eine große Ausmerzung. Die Ablauf zu finden ist eine große Herausforderung. Die Ablauf zu finden. Die Ablauf zu finden ist eine große Herausforderung. Ja, das ist ja ein bisschen vorne oder bin ich jetzt vorne? Vielleicht können wir es einfach mal. Wir werden es da merken, wenn wir legen. Ach, der ist aus dem Game raus, der hat sich rausgetappt. Ja, dann werden wir jetzt einfach mal die Kontrolle hinterher vonweilen. Ich will ja nicht abgetest, wenn er es abgeschickt hat. Ja Leute, wir machen jetzt mal die Funzeln an. Das sind neue Autos. Ich will mal auf die alten. Hat er jetzt schon gedacht, dass es neue Autos gibt? Ja Leute, ich denke mal, das wird bestimmt irgendwann auch noch gemacht, dass es noch mehr Fahrzeuge gibt. Ja, ich weiß wie ein Scheiß, wenn wir da hochfahren und dann... Ja, ich weiß wie ein Scheiß, wenn wir da hochfahren und dann... ...knallt Energie in die Barrikade, zieh ruhig jetzt mal rein. Fall vorbei? Ja, aber nicht. Ja, die gehören scheiben auch noch zusammen, kommen wir dazu. Also das sind die logischerweise auch noch da hin. Bei den rundum leuchten machen wir die mal aus, aber ich weiß nicht, wie sehr es das da rum zerfrisst. Weil ich bin zwar noch auf Schnellen, aber ich weiß nicht für lange nicht. Wenn du einfach mal bestest, was mich nicht für alle. Also nicht, wenn du da Leo auf die Zeilen könntest. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, esbecnt, dass ich aber das fliegeze, wenn du ein wenigstens. Ich bin ja nicht, wenn du da bist. Ich bin ja nicht, wenn du da bist. Ich bin ja nicht, wenn du da bist. Ich bin echt, wenn du da bist. Ich bin ja nicht mehr für mich. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht der分ste. Ich bin einfach bei dir. Ich bin doch nicht, ich bin ja nicht. Ja, wir müssen natürlich jetzt ein bisschen abschäumen. Ihr merkt, hier gibt es gerade einen mega Verkehrskurs. Huch, da haben wir doch schon mal den ersten Umfeld. Das muss wieder sein, ne, Leute? Das muss wieder sein, ne, Leute? Ja, hier sieht, der leckt schon. Aber wir lecken alle schon ein bisschen. Jetzt heißt es, über zu sein. Was ich befürchtet habe, dass das im Handy-Ratsport natürlich nicht ganz so knackig läuft. Oh, Crash! Ja, irgendwie laufen die hier gerade nicht so schnell, wie sie laufen sollen. We scrollen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir wollen wir hier auf die Runde kommen. Oder so? So, nun haben wir Felix auch mal in Neurich geschrieben, bis du weißt, was hier nun abgeht. Ich seh's hier selber, hier geht halt nahezu gar nichts mehr. Alter, habt ihr das gesehen, wie der vorbeigeheizt ist? Ha 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 ha! Hast du den Schell zerlegt? Das ist ein Let's Play, du bist jetzt auch mit drauf, das kommt auf Youtube. Deine Stimme ist jetzt auch mit drauf. Warte! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, der hat eine coole Lackierung gehabt, Leute. Muss man schon sagen. Uiuiui, leckig. Ja, ihr seht, wir haben sogar Türken mit dem Gehr-Ammen dabei. Ja, Leute, ich glaube, das Game ist wieder abgekackt. Ja, ist es, glaube ich. Ja, Leute, bedanke mich beim Zuschauen bei diesem Video, hoffe es hat euch gefallen. Auch wenn das Game hier gerade total rumspackt, ich weiß nicht, was da los ist. Ja, wir machen das jetzt nur, falls halt einfach so, bis das Game wieder funktioniert, richtig. Bzw. ich nehme jetzt mal ein anderes Aufnahme-Raum, vielleicht liegt es auch am Aufnahme-Raum. Ja, falls ihr neu seid, lasst ein Abo da und danke fürs Zuschauen.